Hallo Sandra, ich grüße dich. Ihr habt euch gestern gegründet. Was habt ihr gegründet? Ja, wir haben die Wählervereinigung für GERA gegründet. Und ja, gestern mit elf Gründungsmitgliedern. Und ja, jetzt starten wir quasi in unsere politische, inhaltliche Arbeit. Warum? Du warst jetzt in den letzten Jahren ja in der CDU-Fraktion, jetzt in der Allianz. Warum neu? Ja, warum haben wir uns gegründet? Ich bin 2014 Stadtratsmitglied geworden, damals noch in der CDU-Fraktion. Und ich habe einfach eine Vorstellung gehabt von kommunalpolitischer Arbeit, von Arbeit im Stadtrat, von Arbeit für unsere Stadt. Und ich habe dann relativ schnell jeweils gemerkt, dass das in diesen Organisationen, in diesen Strukturen, wie es eine Partei bietet, eben nicht so möglich ist, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte gerne mitgestalten. Ich möchte an einem breiten Themenspektrum mit vielen Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten. Und diese Themen sollen dann eben auch Einklang in den Stadtrat finden. Und ich möchte mich nicht orientieren an vorgegebenen Programmen. Und das eint eigentlich uns die Gründungsmitglieder. Die haben alle diese Vorstellung, von dieser Art Politik zu machen. Und das wollen wir einfach für GERA versuchen. Es ist im Namen schon für GERA. Wer kann bei euch alles mitmachen? Oder gibt es bei euch irgendwelche Kriterien, wo ihr sagt, die machen wir nicht? Nein, bei uns kann grundsätzlich jeder mitmachen. Egal mit welchem persönlichen oder politischen Hintergrund. Bei uns sind auch Parteimitgliedschaften kein Hintergrund. Es ist jeder willkommen. Wir wollen neue Ideen mit neuen Leuten sammeln, die wir dann für unsere Stadt verwirklichen können. Das ist sehr allgemein jetzt. Das wollen alle Fraktionen im Stadtrat für unser GERA. Was ist das Besondere dann bei euch? Was ist das Andere? Warum sollen die Leute zu euch kommen? Das Andere ist, dass wir, wie gesagt, ein breites Spektrum haben, eine breite Basis ohne vorgegebene Parteiprogramme oder vorgegebene Strukturen. Wir wollen in themenbezogenen Arbeitsgruppen, nicht in so wie Parteien, Ortsverbände, Kreisverbände arbeiten. Wir wollen an Themen arbeiten, an Themen, die vor allen Dingen aus der Mitgliedschaft, von den Bürgern kommen und sich auch an deren Bedürfnissen orientiert und an den Bedürfnissen der Stadt. Und das ist oft bei Parteien halt irgendwo eine Vorgabe. Und wir, wie gesagt, wir sind offen für alle Ideen. Das klingt sehr ambitioniert. Das ist auch viel Arbeit, diese Ideen zu bündeln, auch umzusetzen. Nicht alles wird gehen. Aber wir werden gemeinsame Ziele, abrechenbare Ziele vereinbaren. Auch vielleicht mit dem neuen Oberbürgermeister, mit anderen Fraktionen. Auch das ist möglich. Wir haben da, wir wollen die Kommunalpolitik einfach, wir wollen der Kommunalpolitik eine ganz andere Struktur geben, wie es bisher der Fall war. Du bist nun von den Gründungsmitgliedern die Einzige, die jetzt im Stadtrat sitzt. Wie stellst du dir vor, das letzte gute Jahr jetzt im Stadtrat weiterzuarbeiten, in deiner Fraktion? Also ich möchte in meiner Fraktion die Legislatur zu Ende bringen. Das ist noch ein gutes Dreivierteljahr. Und meine Fraktion hat sich Sachpolitik auf die Fahnen geschrieben. Das denke ich, das ist auch unabhängig von der Mitgliedschaft in irgendeiner Wählervereinigung oder Partei. Das denke ich, das geht, das muss gehen. Also mein Wille ist da da. Wie natürlich dann einzelne Stadträte darauf reagieren, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich möchte sachorientiert arbeiten. Da ist es egal, ob ich in der Fraktion Liberale Allianz oder in einer anderen sitze. Und das soll eigentlich auch Motivation sein für zukünftige Stadträte, dass es egal ist, in welcher Fraktion man dort eingezogen ist, dass es um die Sache geht. Wer sind so die Gründungsmitglieder gestern gewesen? Also die Gründungsmitglieder natürlich ich. Dann mein Stellvertreter, der Herr Sven Rote und der Herr Frank Bauer. Die Alexandra Klinke, der Thomas Laubert, der Mirko Ratz. Und habe ich jemanden vergessen? Und der Andreas Herrmann, genau. Das sind die Initiatoren, aber dahinter steht eigentlich ein Team von, ich sag mal, 30, 40 Interessenten, die schon lange im Gespräch sind, schon über, naja, über ein halbes, dreiviertel Jahr ständig im Gespräch. Mensch, wir müssen was machen. Da ist auch kein Auslöser die OB-Wahl oder irgendwas gewesen. Natürlich hat das ein bisschen einen Schub für so eine Sache gegeben. Aber wir hätten das unabhängig vom Ausgang der OB-Wahl auch so forciert, weil schließlich muss es sich im Stadtrat ändern, damit egal wer OB ist, irgendwo dort vernünftig arbeiten kann. Was sind so die jungen Mitglieder? Was wollen die? Und habt ihr vielleicht welche, die auch mal bei mir vor die Kamera kommen? Ja, also wir haben viele junge Mitglieder. Ich war überrascht, wie viele junge Leute sich in Gera engagieren wollen. Man sagt immer, die Jugend interessiert sich nicht für Politik. Das ist nicht so. Es sind teilweise auch junge Leute auf mich zugekommen oder auf uns zugekommen. Mensch, können wir nicht bei euch mitmachen? Die haben durch verschiedene Quellen gehört, dass es uns geben wird. Teilweise haben wir auch Leute direkt angesprochen. Und ich habe von niemandem, vor allem von jungen Leuten, irgendwo Ablehnungen erfahren. Und ich denke, bei uns werden sich auch einige junge, engagierte Leute wiederfinden, die einfach über uns den ersten Schritt in die Kommunalpolitik gehen wollen. Und da haben wir ja im Vorstand auch einen Mitglied. Die Alexandra Klinke ist unser jüngstes Vorstandsmitglied und ich denke, sehr, sehr engagiert. Auch jetzt schon in Gera. Und die will einfach eine Basis auch politisch gesehen für ihre jetzt schon immer engagierte Arbeit haben. Ich danke dir und ich werde sie einfach mal fragen. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, Alexandra, ein junges Mitglied hier für Gera. Warum machst du mit? Weil ich Gera unterstützen will, wo ich kann. Also, seit ich hierher kam, habe ich sehr viel Potenzial in der Stadt gesehen und dann auch vieles ausprobiert, wie man sich für die Stadt mit einsetzen kann. Und ja, jetzt eben auch mal auf diese Art und Weise Neuland für mich auch. Sandra, was machst du in der Stadt? Ich habe den Verein Stadtzeit mitgegründet und ich habe hier studiert, also ich beende gerade mein Studium und habe in verschiedenen anderen Projektgruppen auch mitgewirkt, auch in Gestaltungsfragen, in Projektwochen etc. Also Haselburg, die Sommerakademie, dann die Aktionswoche auf Geras Neumitte, die im letzten Jahr war. Also ganz unterschiedliche Sachen. Du bist also keine Gersche Fettküsche? Nein. Wo kommst du her? Ich bin in Schleiz geboren und bin in Kronach aufgewachsen. Was ist das Liebenswerte an der Stadt Gera? Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, wir für Gera. Was ist das Tolle an Gera? Also in erster Linie die Vielfalt, was man hier alles entdecken kann. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, was man hier tun kann. Also damit meine ich jetzt einerseits natürlich die Freizeitgestaltung. Da kann man im Theater, also selber Theater spielen, Theaterstücke mitkreieren, Theaterfabrik. Man kann in so vielen Vereinen tätig werden, man kann durch den Wald joggen gehen. Und es ist so wunderschön auch von der Natur her hier. Und einfach auch die Menschen. Also es gibt hier so viele Menschen, die sich engagieren für ganz unterschiedliche Projekte. Oder auch, ja, also es gibt ganz viele Initiativen und ganz viel Herzblut, was hier spürbar ist. Und das hat mich in den letzten Jahren auch zu so vielen Situationen gebracht, die ich so, ohne diese Initiativen auch mal kennenzulernen oder mal zu sehen, was gibt es so, gar nicht mitgekriegt hätte. Und da, also es gibt unglaublich viel, was man hier tun kann. Ich sage immer, die Stadt Gera sind nicht die Gebäude, die Stadt Gera sind die Menschen. Genauso empfinde ich es auch und deswegen bin ich gerne eine Gersche Fettkusche. Siehst du genauso? Ja, ja, absolut. Also es ist wirklich, ich treffe so viele Menschen, die wirklich mit ihrem Herzen, mit der Stadt so mitfühlen, verbunden sind, sich einsetzen. Und das ist wirklich, das bewegt einen natürlich mit und motiviert dann auch, aktiv zu sein und selber zu sehen, was kann ich dazu beitragen. Und dann einfach, ja, also ich zum Beispiel, ich möchte einfach dieses positive Lebensgefühl, was es an vielen Stellen schon gibt, eben noch mit stärken. Und jetzt eben mal mit einer Wählervereinigung. Dann wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg, also ich zumindest. Und wir werden ja sehen, was rauskommt. Also ich drücke alle Daumen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.